Warum hat man das Internet nicht verbraucht? «You Pornet»? Ich habe noch gar nicht gehört. Keine Ahnung. «Grunge», «Britpop», «Trippop» «Sabine», «Ich», «Schnittmenge» damit man es spürt. Sabine hatte mehr Löcher in den Strümpfen. Ich habe mehr die Löcher in den Strümpfen gebraucht. Und «Britpop» hatte Frisuren. Genau. Was ihr nicht wisst, liebe Webgemeinde, ist, hier sitzt noch jemand am Boden, der unser Mikrofon aufhält, damit man so im Radio gehört. Physik gleichgemacht. Das Internetistan. Ich weiss einfach nur, dass es eine Zeit gab, in der es im Studio ein Kombi hatte, die man aufs Internet konntet, aber nicht durfte. Stimmt. Zuerst war das der Kumpi, das erste Programm All-in-One, mit dieser Schrift auf dem Blau. Crazy. Aber überall hatte es schon Windows-K, das Radio hatte noch nicht. Das Radio ist noch etwas hinterein gefunken. Als ich ganz frisch angefangen habe, hat man mir gesagt, ich sollte vielleicht meine Sachen, die ich für die Sendung auf der Schreibmaschine aufschreiben. Ich kann mich erinnern, du hast dich gewehrt, der Kumpi war schon lange da. Ja, ich fand es. Und du hast immer noch von Hand geschrieben. Machst du das heute noch? Nein, heute schreibe ich einfach nichts mehr. Ah gut. Ich verweigere mich mit diesem Zeug auch um Social Media, auch den ganzen Moment. Ja, gerade nach. Meine Währung. Sounds. Ich habe es immer nur gehört, darum schlage ich vor, ich höre es jetzt auch. Ja. Nein, ich habe es immer gemacht und das ist mein, Sounds ist mein Serious 3 gewesen. Ich kann mich gut an den Abend erinnern, als Hannes Hug und ich haben Let's Dance moderiert und irgendeine Klimaanlage ganz heute ist ausgefallen und wir haben gefunden, pfff, wenn man vom Abend um 11 Uhr bis am Morgen um 2 Uhr kann man das ja auch in den Unterhosen machen. Ich habe sie jetzt auch schon in den Unterhosen gesehen und dann haben wir das gemacht. Der Securitas hingegen. Was ist das? Da heisst es nichts. Dann sagt man gar die Blanche allweg. Ja, das ist ein Loch. So sieht das Loch aus. Was wir ins Löcher gesendet haben. Die Zahnbinde ist im Stange allein, eine Vormittag lang eine Sendung zu bestreiten aus genau diesem Material. Das klingt nicht so, gell? Doch, das ist... Nein, komm wir sagen noch etwas Liebes. Hilfst du? Ja. Nicht zueinander. Das ist... Ja, ich sage immer gerne liebe Sachen. Es kommt mir selten etwas in den Sinn. F-R-F. 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 F-R-F.